So Leute, da bin ich wieder zurück und ihr seht unten schon, Lande, ein Treffer mit einem Bogen aus mindestens 50 Meter Entfernung. Die Aufgabe habe ich gerade geschafft, ich wusste gar nicht, dass ich die Aufgabe habe. Aber ich habe nämlich hier die Aufgabe nicht sortiert, die war nämlich einfach so random am Laufen. Ich wollte nämlich eigentlich die Tresore für euch suchen, aber bis jetzt noch keinen gefunden, da ich eine Aufnahme machen kann. Aber wegen dem Bogen ist natürlich ziemlich simpel inzwischen. Nämlich gerade Gruppenkeile einfach gucken, entweder wer sich auf einem Baum versteckt, oder aber wir verstecken uns selber auf einem Baum. Wir probieren das Ganze jetzt einfach nochmal, aber direkt schon mit einem Kill am besten. Zack, weil eben habe ich es halt wie gesagt auch mit einem Kill direkt gemacht. Ne, gar nicht. Ne, war kein Kill. Der war nämlich, ich war hier vorne, ihr seht ihr da das Gebaute, da war ich nämlich. Und der Gegner war da hinten auf einem Baum. Und so habe ich dann halt den Schaden gemacht. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass es die Aufgabe gibt. Aber die Leute werden sich jetzt eh wieder mehr auf dem Baum verstecken. Und wo ist er? Achtung, wo ist er? Ach da. Ich sage ja, das ist eigentlich simpel. Und macht das Ganze halt wirklich in Gruppenkeile. Achtung, natürlich, dann treffe ich nicht. Kommt, der berühmte Vorführeffekt. Aber alle die, die in meinen Livestreams immer wieder dabei sind, wissen ja, mit einem Bogen kann man schon wilde Sachen machen. Also, wenn ich euch weiterhelfen konnte, dann lasst gern ein Like da. Wie gesagt, wenn das jetzt hier der Gegner wäre, ihr könnt auch mit Links gucken, wie weit ist die Entfernung. Ja, das wären 102 Meter. Also 50 Meter ist eigentlich ziemlich simpel. So, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem weiterhelfen, auch wenn ich euch jetzt nicht demonstrieren konnte, wie ich das halt gemacht habe. Aber in Anführungszeichen könnt ihr euch vorstellen, der Gegner stand hier oben auf dem Baum. Ich habe einfach zurückgeschossen und wie ist die Entfernung von dem Baum? Wartet. Ah, jetzt habe ich den Baum nicht angepinnt. Ja, es waren sogar 200 Meter. So kann man es natürlich auch machen. So, dann hoffe ich, ihr kriegt das auch hin. Ich denke mal, ja, und in dem Sinne, haut rein. Also, ich denke mal, ja. Vielen Dank.